Was hat es mit dem Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz auf sich? Welcher Stand ist da momentan aktuell? Gibt es da einen Entwurf? Was sieht dieser Entwurf vor? Und vor allen Dingen musst du Sorge haben, dass dadurch möglicherweise Vermögensgegenstände, die sich in deinem Besitz befinden, beschlagnahmt werden können, enteignet werden können. Das schauen wir uns heute immer genau an. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen bei Experts Global. Mein Name ist Tim Grenawald und heute schauen wir uns einmal den Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium zum Thema Gesetz zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte, Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, VVBG, an. Da gibt es einen Referentenentwurf vom 23. April 2024. Da gibt es auch schon einige Stellungnahmen hier vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, Bundesnotarkammer, Gewerkschaften, Bürgerbewegung, Finanzwende, Netzwerk, Steuergerechtigkeit. Da gehen wir jetzt einmal im Detail rein. Einmal zum Thema, was ist ein Referentenentwurf? Das heißt schlicht und ergreifend, dass sozusagen von den zuständigen Fachabteilungen im Bundesfinanzministerium hier ein erster Entwurf vorliegt. Das heißt, das ist noch kein offiziell eingebrachter Gesetzesentwurf. Der wird sozusagen vom Ministerium noch einmal feingeschliffen, jetzt auch in Reaktion auf die Stellungnahmen. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass in der Regel innerhalb von weniger als einem Jahr ein solcher Referentenentwurf dann meistens auch ins Parlament, in den Bundestag und in den Bundesrat eingebracht wird und dann meistens auch entsprechend beschlossen wird. Da gibt es dann in der Regel nur noch geringfügige Änderungen. Also man kann schon davon ausgehen, dass das so, sag ich mal, Pi mal Daumen so etwa 80, 90 Prozent schon recht sicher ist, dass das auch so kommen wird. Und das interessiert uns natürlich hier besonders, was da genau drin steht. Das Ziel sozusagen ist natürlich letzten Endes die Bekämpfung hier von Geldwäsche und vor allen Dingen auch von Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten. Es geht natürlich regelmäßig durch die Presse, dass möglicherweise irgendwo in Deutschland kriminelle Strukturen, möglicherweise Immobilien, größere Vermögenswerte und so weiter aus kriminell erwirtschafteten Mitteln erwerben, besitzen, das Vermögen vermehren und dass das teilweise sehr schwierig ist, das nachzuweisen. Und genau das soll dieser Referentenentwurf hier bekämpfen. Und das ist ein Artikelgesetz, das heißt, das enthält einerseits einen neuen Gesetzesentwurf hier für das sogenannte Vermögensermittlungsgesetz, Gesetz zu Ermittlungen im Zusammenhang mit vernächtigen Vermögensgegenständen. Das ist der Kernpunkt des gesamten Entwurfs. Dann eben dementsprechend auch noch zur Änderung einiger relevanter weiterer Gesetze. Und da gehen wir jetzt mal hier systematisch rein und gucken mal, was denn hier dann an Ermittlungen im Zusammenhang mit verdächtigen Vermögensgegenständen getroffen werden können. Und da ist erstmal wichtig, was ist überhaupt hier ein Vermögensgegenstand im Sinne dieses Gesetzes, nämlich jeder Gegenstand, gleich ob körperlich oder nicht körperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell. Und auch jeder Rechtszettel, jede Urkunde, die das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte an den genannten Gegenständen verbriefen, dessen Wert 100.000 Euro übersteigt. Was hier als allererstes mal auffällt, 100.000 Euro klingt im Jahr 2024 möglicherweise noch verhältnismäßig hoch, ist aber auch, sage ich mal, etwas, was bereits mit jener durchschnittlichen etwas größeren Eigentumswohnung bereits überschritten wird. In der Regel auf jeden Fall mit einem Einfamilienhaus. Und auch viele bewegliche Wirtschaftsgüter, Vermögensgegenstände können recht schnell über 100.000 Euro wert werden, gerade wenn es um beispielsweise Oldtimer geht. Teure Sportwägen oder beispielsweise auch Luxusuhren oder Kunstgegenstände. Und das Problem ist natürlich immer, wenn man hier so eine Zahl ins Gesetz reinschreibt, dann wird diese Zahl quasi jeden Tag, jedes Jahr durch die Inflation erodiert. Wir haben bereits vor kurzem mal ein Video gemacht, dass teilweise solche Zahlen dann 50 Jahre lang unangetastet im Gesetz drin stehen bleiben und dadurch letzten Endes auch die Wirkung des Gesetzes, wenn es eben ein repressives Gesetz ist oder ein präventives Gesetz, was jedenfalls in Grundrechte eingreift, dann auch deutlich verschärft wird. Und auch das sehe ich bereits hier sehr kritisch, wenn da keine entsprechende Anpassung regelmäßig erfolgt. Kann natürlich auch sein, dass sowas dann durchaus beabsichtigt ist. Das ist dann hier zudem so, wenn zwischen mehreren Vermögensgegenständen ein so enger Zusammenhang besteht, dass eine einheitliche Behandlung geboten erscheint, dann bilden sie gemeinsam einen Vermögensgegenstand. Also wenn ich jetzt mehrere Bankkonten beispielsweise habe und in Summe sind da mehr als 100.000 Euro drauf, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass die dann zusammengefasst werden. Ja, da stellt sich natürlich gleich mal die Frage, ist das hier hinreichend bestimmt? Weil theoretisch könnte man einfach sagen, ja, das gesamte Vermögen, sämtliche Vermögensgegenstände, die ein Mensch besitzt, die werden hier einfach zusammengerechnet. Weil aufgrund der Tatsache, dass sie ja im Besitz eines einzigen Menschen stehen, ist das bereits Anlass genug, die zusammenzurechnen. Und dann ist jeder Mensch, der mehr als 100.000 Euro an Vermögen hat, damit bereits mit seinem Gesamtvermögen hier drunter. Wäre jetzt eine sehr extensive Auslegung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass so eine Auslegung in der Praxis dann auch durchaus mal passieren kann. Wann ist jetzt ein Vermögensgegenstand verdächtig? Vielleicht vorher noch mal ganz kurz, man muss sich natürlich auch fragen, wie wird das jetzt berechnet, wie wird das bewertet? Ja, da wird hier gesagt, da ist der geschätzte Wert anzusetzen. Da sträuben sich mir schon mal die Nackenhaare, weil wer schätzt denn dann, schätzt da irgendein Beamter dann meinetwegen Pi mal Daumen? Ja, ist das jetzt mehr oder weniger als 100.000 Euro? Weil normalerweise aus dem Steuerrecht kenne ich vor allen Dingen das Bewertungsgesetz. Und da gibt es natürlich sehr, sehr klare Vorgaben dafür, wie ein Vermögensgegenstand zu bewerten ist. Grundsatz ist der gemeine Wert, der da herangezogen werden muss. Und da gibt es Vorgaben, wie dieser gemeine Wert zu ermitteln ist. Wenn hier jetzt einfach drinsteht, es ist einfach der geschätzte Wert anzusetzen, dann kann natürlich jeder Beamte erstmal hingehen und kann sagen, ja, das ist jetzt erstmal mehr als 100.000 Euro wert, das schätze ich jetzt einfach mal so, Pi mal Daumen und damit ist das dann so. Und damit fällt der Vermögensgegenstand dann hier unter das Gesetz. Also das, muss ich sagen, sehe ich auch sehr kritisch, gerade weil es eben, wie wir gleich sehen werden, hier um dann doch sehr signifikante Grundrechtseingriffe gehen wird. So, ein Vermögensgegenstand ist verdächtig, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er aus einer rechtswidrigen Tat nach Nummer, nach Paragraf 11 Nummer 5 des Strafgesetzbuches herrührt. Ah, klingt erstmal gut, ja, das ist eine Einschränkung. Kleines Problem, wenn wir in 11 Nummer 5 des StGB reinschauen, rechtswidrige Tat ist eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. So, da haben wir ja einmal das Problem natürlich, ja, das ist ein sogenanntes, ja, man könnte sagen Blankettrecht. Das Problem ist, es muss ja dann hier quasi der entscheidende Beamte, der beurteilt, ob jetzt dieser Vermögensgegenstand verdächtig ist, der muss ja beurteilen, ob hier Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. Das muss aber jetzt nicht so sein, dass diese rechtswidrige Tat bereits rechtskräftig entschieden worden ist, ja, dass jemand hier eine gerichtlich festgestellte rechtswidrige Tat begangen hat, sondern es müssen eben einfach nur Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine solche Tat begangen wurde und dass der Vermögensgegenstand dann daraus herrührt. Also da haben wir jetzt quasi, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, schon mal mindestens drei solche, ja, Einschätzungsmöglichkeiten, ja, für den Beamten. Nämlich erstmal die Frage, was ist der Wert des Gegenstandes, dann die Frage, ja, bestehen Anhaltspunkte dafür, dass überhaupt eine rechtswidrige Tat begangen wurde und dann, ob der Vermögensgegenstand aus dieser Tat herrührt. So, und jetzt werden hier genauere Punkte, Beispiele genannt, ja, insbesondere Kriterien für das Herrühren aus einer rechtswidrigen Tat. Und jetzt wird es besonders interessant, ja, hier steht auch eine Gesamtschau, insbesondere der folgenden Kriterien, aber das ist eben nur beispielhaft, das heißt, das ist nicht zwingend, das kann auch weiter gehen. So, erstmal, die tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Personen reichen bei objektiver Betrachtung nicht aus, um den Vermögensgegenstand zu erwerben. Hoppla. Das heißt natürlich auch, wenn ich irgendwas geschenkt bekommen habe mal, ja, oder wenn ich was geerbt habe und das Erbe war sozusagen unterhalb der Freibeträge, dann ist es zwar grundsätzlich so, dass ich eine Erbschaftssteuererklärung machen muss, aber ich begehe jetzt keine Steuerhinterziehung, wenn ich keine Steuerschulde und dann dementsprechend auch keine Steuererklärung mache, ja. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich eben Vermögen geerbt habe. Und dann, ja, kann hier diese objektive Betrachtung dann aus Sicht des Beamten trotzdem dazu führen, dass alleine, weil das ja komisch wirkt, ja, dass ich möglicherweise dafür zu wenig verdiene oder dafür zu wenig sozusagen sonst zu wenig Vermögen hätte, um diesen Vermögensgegenstand zu erwerben. Also in dem Sinne alles, was jemand geschenkt bekommt, der sich das nicht von sich aus leisten könnte, ist damit erst mal verdächtig. So. Es besteht keine Transparenz über den wirtschaftlich Berechtigten an einem Vermögensgegenstand. Es ist mir jetzt auch aktuell nicht bekannt, dass es irgendwo eine Pflicht gibt, ja, jeglichen staatlichen Stellen Transparenz abzuliefern über Vermögensgegenstände. Es gibt natürlich das Transparenzregister insbesondere für Unternehmensbeteiligungen beispielsweise, dass der Ultimate Beneficial Owner ermittelt werden soll, ja. Aber, und natürlich ist es auch so, dass quasi bei Grundstücken eben im Endeffekt, ja, zumindest mal der Eigentümer im Grundbuch stehen muss, ja. Aber die Frage, wem jetzt beispielsweise ein Kunstwerk, wem jetzt beispielsweise ein Oldtimer oder was auch immer gehört, ja, das muss noch nicht in öffentlichen Registern hinterlegt werden. Aber wenn das nicht passiert, dann ist alleine aufgrund dieser Tatsache, dass das nicht transparent sei, ja, ein Verdachtsmoment, ein Anhaltspunkt gegeben. So. Und jetzt geht es noch weiter. Der Gegenstand steht im Besitz oder in der Verfügungsbefugnis einer Person, die wegen einer Vermögensstraftat oder einer Straftat von erheblicher Bedeutung vorbestraft ist. Das heißt, jeder, der wegen solchen Straftaten vorbestraft ist, der steht damit schon mal, man muss es so sagen, unter Generalverdacht, weil jeder Vermögensgegenstand, jeder relevante Vermögensgegenstand in dem Sinne dann, der also gegebenenfalls in der Gesamtschau 100.000 Euro überschreitet, ist damit verdächtig. Ja, und das meines Erachtens, ja, geht etwas weg vom Grundsatz des Tatstrafrechts hin zum Grundsatz des, ja, man könnte dann fast sagen Täterstrafrechts, weil jeder, der mal entsprechend verurteilt wurde, ist dann automatisch verdächtig bezüglich der Gegenstände, die er besitzt. Gut, wenn er jetzt im Besitz einer kriminellen Vereinigung steht oder sowas, ja, das ist dann schon eher nachvollziehbar. Wo ich mir aber offengestanden sehr schwer tue, ist dann die Verfügungsbefugnis einer natürlichen Person, die in geografischen Risikogebieten ansässig ist oder dort eine erhebliche Geschäftstätigkeit entfaltet. Ja, hier gibt die Gesellschaft, solche Gesellschaftsstrukturen, das lassen wir mal außen vor, das ist durchaus nachvollziehbar, dass bei sehr komplexen Offshore-Gesellschaften beispielsweise mit Verschleierung der Geschäftsführung der Ultimate Beneficial Owner, dass das ein Verdacht hervorruft, ja. Aber wenn wir jetzt bei natürlichen Personen anfangen, die in geografischen Risikogebieten ansässig sind oder dort eine erhebliche Geschäftstätigkeit entfalten, fragen wir uns, was ist denn ein geografisches Risikogebiet? Das wird hier weiter definiert. Das ist das Staatsgebiet eines Drittlandes. Was jetzt ein Drittland ist, ist leider in diesem Gesetzesentwurf auch nicht näher präzisiert. Es liegt nahe, dass mit Drittland gemeint ist, Länder außerhalb der EU oder gegebenenfalls auch des europäischen Wirtschaftsraums, ja. Aber damit ist jetzt zum Beispiel die Frage, ob die Schweiz grundsätzlich ein Drittland wäre, ja, wahrscheinlich schon, ja. Ob jetzt aber beispielsweise dann auch bestimmte EU-Länder Drittländer sein können, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist hier erst mal unklar. Ja, also es gibt keine gesetzlich verbindliche Definition, keine generelle verbindliche Definition von Drittländern. Aber hier wird es ganz interessant. Ein Drittland, das von der Europäischen Kommission auf Grundlage von Artikel 9 der Richtlinie EU 2015 849 als Drittland mit hohem Risiko ermittelt wurde. Aha, da gucken wir mal rein. Wir haben jetzt, wie gesagt, aktuell ist es Juni 2024. Wir haben hier mal die neueste konsolidierte Fassung der Länder. Da gibt es eine Delegierte Verordnung der Kommission, wo also die Drittländer mit hohem Risiko die strategische Mängel aufweisen, genannt sind, ja. Entsprechend hier zur Umsetzung der Richtlinie 2015 849. Da sind jetzt momentan, ich betone, dass wir Mitte 2024 haben, deswegen so sehr, weil hier auf dieser Liste insgesamt 25 Länder stehen, darunter auch die Vereinigten Arabischen Emirate. So, wer unseren Kanal verfolgt, wer auch sonst generell Nachrichten zu Dubai und den anderen Emiraten verfolgt, der wird wissen, dass seit Anfang 2024 die Emirate nicht mehr auf der sogenannten grauen Liste der Financial Action Task Force stehen, ja, für Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Die FATF ist so eine internationale Organisation, die quasi überwacht, ob Geldwäsche und Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen sozusagen ordnungsgemäß umgesetzt werden. Die haben gesagt, ja, das reicht uns momentan, was die Emirate hier machen. Ja, wir haben die runtergenommen. Aber die Kommission sieht das aktuell eben hier mit letztem Stand vom 12. Dezember 2023 immer noch so, dass die Emirate und dementsprechend natürlich auch hier die anderen Länder, also zum Beispiel jetzt Jamaika, Kongo, ich will jetzt ja keinen bestimmten berausgreifen. Aber die Emirate stechen natürlich doch sehr hervor, weil das eben ein Land ist, wo halt auch viele Auswanderer hinziehen, wo viele Influencer hinziehen, Einzelunternehmer hinziehen, die eben insgesamt doch sehr attraktiv sind. Ich habe kürzlich ein Video dazu gemacht, dass ich hier oben nochmal einblende, ob denn wirklich die Emirate auch so rechtssicher sind, wie es manchmal erscheint. Aber nevertheless, bei der FATF sind sie runter von der Liste, bei der Kommission stehen sie eben noch drauf. Das heißt, alleine aufgrund der Tatsache, dass jetzt eine Person dort ansässig ist oder dort eine erhebliche Geschäftstätigkeit entfaltet, ist sie sozusagen schon mal generalverdächtig. Das heißt, jeder Gegenstand, der über 100.000 Euro liegt, ist damit eben auch ein verdächtiger Vermögensgegenstand. Hier geht es aber auch noch weiter, dessen Finanzsystem laut glaubwürdigen Quellen nicht über hinreichende Systeme zur Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügt. Moment, das haben wir doch gerade hier aus der Liste von der Kommission. Warum soll es denn dann noch weitere glaubwürdige Quellen geben? Naja, vielleicht durchaus die FATF. Oder indem kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen stark ausgeprägt sind. Das ist jetzt mal eine sehr interessante Frage. Wann sind denn in einem Drittland kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen stark ausgeprägt? Sind in den USA, weil es dort freien Waffenbesitz gibt und dort regelmäßig Menschen erschossen werden, kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Quellen stark ausgeprägt? Vor allem in welchem Zeitraum sollte das denn bitte sein? Sind, weil es irgendwann in der Vergangenheit mal aus der Schweiz und aus Lichtenstein Steuer-CDs gegeben hat, wo bekannt wurde, dass dort möglicherweise Schwarzgeld gebunkert wurde, was mittlerweile rund 20 Jahre her ist knapp, kann man dort immer noch davon ausgehen, laut glaubwürdigen Quellen, dass dort kriminelle Tätigkeiten stark ausgeprägt sind. Also wo zieht man denn da bitte die Grenze? Vor allen Dingen glaubwürdige Quellen im Sinne des Satzes 1, Nummer 2, 3 und 5, also dann auch für terroristische Aktivitäten, können insbesondere gegenseitige Evaluierungen, detaillierte Bewertungsberichte oder veröffentlichte Folgeberichte sein. Was ist denn das bitte? Wenn jetzt der Praktikant im Bundesfinanzministerium einen detaillierten Bewertungsbericht ausarbeitet, ist das dann eine glaubwürdige Quelle? Wenn jetzt irgendein YouTuber, meinetwegen mich eingeschlossen, irgendeinen detaillierten Bewertungsbericht erstellt über ein Land, ist das eine glaubwürdige Quelle? Also da fehlen mir offengestanden die konkreten Beurteilungsmaßstäbe, was denn tatsächlich jetzt eine glaubwürdige Quelle ist. Also das ist meines Erachtens, kann das auch die Bild-Zeitung sein, wenn die Bild-Zeitung einen detaillierten Bewertungsbericht schreibt. Ich will jetzt hier dem Ersteller dieses Entwurfs keine böse Absicht unterstellen, aber meines Erachtens öffnet das für mögliche Fehlinterpretationen Tür und Tor, muss man mal so sagen. Ja, das heißt nämlich tatsächlich, dass eben auch, und das ist etwas, was ich schon lange beobachte, jemand, der in einem bestimmten Land ansässig ist, alleine aufgrund möglicher Verfehlungen dieses jeweiligen Landes dann schon unter Generalverdacht steht. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, das ist schwierig, weil das heißt ja nicht, dass der sich das Land ausgesucht hat. Natürlich kann man sich Länder aussuchen, aber jemand, der möglicherweise dort geboren ist, im Prinzip, man muss jetzt mal, wenn man das hier mal zurückdenkt, muss man sagen, jeder Emirati, jeder Mensch, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren ist und dort lebt, der ist hiernach verdächtig. Also natürlich steht hier Gesamtschau und Können und so weiter, aber prinzipiell ist es so, eine Person, die in einem geografischen Risikogebiet ansässig ist, deren Vermögensgegenstände sind verdächtig, weil das ist ein Anhaltspunkt für das Herrühren aus einer rechtswidrigen Tat. So, jetzt schauen wir mal weiter. Was kann denn dann damit passieren? Erstmal ist die zuständige Behörde berechtigt, von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Vermögensgegenstandes Auskunft zu verlangen. Einsicht in von öffentlichen Stellen geführte Register zu nehmen. Aha. Auskunftsersuchen nach §24c Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes zu stellen. Das wird im Zuge dieses Gesetzes reformiert. Das ist der automatisierte Abruf von Kontoinformationen. Das heißt im Prinzip von jedem, der in Dubai lebt, kann damit quasi automatisiert erstmal abgerufen werden, welche Konten der denn beispielsweise in Deutschland führt. Eine Person vorzuladen, zu vernehmen und die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, wenn die Befugnisse im Wesentlichen ausgeschöpft sind, ihre Anwendung keinen Erfolg verspricht, den Verfahrenszweck gefährden würde und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person sachdienliche Angaben zur Erfüllung der Aufgabe machen kann. Also nehmen wir mal an, ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, dass du etwas geschenkt bekommen hast, was nicht so ganz deinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen entspricht. Sagen wir mal, du hast von jemandem ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert geschenkt bekommen. Ja, ich kenne aus dem persönlichen Umfeld einen ganz konkreten Fall. Jemand hat sich mit einer älteren Dame, der ein Haus gehört hat, die wollte das Haus verkaufen, der hat sich mit dieser Dame sehr gut verstanden und die Dame hat der Person gesagt, ja, da ist noch ein Gemälde drin, du kannst dir dieses Gemälde nehmen, das schenke ich dir. Und das war damals so, ja, wahrscheinlich knapp 20.000 Euro wert, also unterhalb der Freibeträge, Schenkungsfreibeträge war also dementsprechend unproblematisch. Nur darüber gibt es jetzt keine Quittung. So, jetzt ist es so, dass dann hier keine Transparenz über den tatsächlich Berechtigten besteht. Da könnte jetzt die Behörde hingehen und kann erst mal denjenigen vorladen und vernehmen. Vernehmen. Vernehmen ist ja eigentlich was, was ich tendenziell immer so bei Polizei und Staatsanwaltschaft verorten würde. Das kann hier eben dementsprechend tatsächlich analog gehandhabt werden. So. Wenn Hinweise darauf vorliegen, dass ein Vermögensgegenstand verdächtig ist. Okay, dann geht es aber noch weiter. In Bezug auf einen verdächtigen Vermögensgegenstand kann die zuständige Behörde jetzt eine Anordnung erlassen, wenn der Vermögensgegenstand weiterhin verdächtig ist. Und das ist eine Erklärungsanordnung. Das heißt, da wird verlangt, dass derjenige erklärt, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte und wer hat wirtschaftliche Interessen an diesem Gegenstand, nähere Umstände der Herkunft. Und diese Erklärung, die muss natürlich wahrheitsgemäß sein und gegebenenfalls haben wir dann das Problem, wer ist hier beweispflichtig? Wer muss beweisen, wo dieser Gegenstand herkommt? Und im Rahmen dieser Anordnung kann die Behörde Geschäfts- oder Betriebsräume während der üblichen Geschäfts- oder Betriebszeiten betreten, angeordnete Durchsuchungen von Geschäfts- oder Betriebsräumen sowie Wohnungen durchführen. Die müssen natürlich richterlich angeordnet werden, aber erfahrungsgemäß bei hinreichenden Momenten, Verdachtsmomenten werden solche richterlichen Anordnungen in der Regel genehmigt, gewährt. Dann kann eben auch eine Wohnungsdurchsuchung erfolgen und es können Unterlagen beschlagnahmt werden, Postsendungen, E-Mails beschlagnahmt werden. Und jetzt kommen wir noch zur Sicherungsmaßnahme. Mit dieser Anordnung kann eine vorläufige Sicherstellung des Vermögensgegenstands angeordnet werden, wenn die Annahme begründet ist, dass der Vermögensgegenstand weiterhin verdächtig ist und dass der Vermögensgegenstand veräußert oder auf andere Weise dem Verfahren entzogen werden soll. Ja, das heißt im Endeffekt, faktisch können Vermögensgegenstände von Personen, die letzten Endes einfach in einem möglicherweise verdächtigen Land leben, beschlagnahmt werden. Natürlich gilt das Gesetz hier erstmal nur in Deutschland, aber natürlich gibt es auch wieder Abkommen, gegebenenfalls zur Amtshilfe, wonach dann teilweise auch grenzüberschreitende Maßnahmen erfolgen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bei diesem Gesetzesentwurf deutliche Sorgen, dass der verfassungsgemäß ist, dass der mit dem hinreichenden Augenmaß in die entsprechenden Grundrechte, Eigentumsgrundrecht, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter, auch Berufsfreiheit, dass da noch innerhalb der entsprechenden Schranken des Grundgesetzes eingegriffen wird. Das muss gegebenenfalls natürlich dann das Bundesverfassungsgericht prüfen, wenn es da zum Streit kommt. Aber Fakt wird sein, dass dieser Gesetzesentwurf mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so oder ähnlich dann tatsächlich auch gesetzt wird. Und ja, da sage ich, lieber sollte man schauen, dass man hier guckt, ob man möglicherweise solche verdächtigen Vermögensgegenstände hat, sich dann eben dementsprechend darauf einstellt, dass das gegebenenfalls dann auch ermittelt werden kann. Oder natürlich im Rahmen der legalen Möglichkeiten auch überlegt, ob es Sinn macht, dass man diese Vermögensgegenstände gegebenenfalls entweder veräußert oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes, was dann kommen wird, verlagert. Wir sagen jetzt bitte hier nicht irgendwelche Hauguck-Aktionen oder irgendwelche illegalen Aktionen machen. Aber es ist natürlich niemand verpflichtet, von vornherein hier solchen Ermittlungsmaßnahmen das Ganze auf dem Präsentierteller entgegenzubringen. Und natürlich auch im Rahmen der legalen Möglichkeiten unterstützen wir da. Beratend stehen da dementsprechend zur Seite, damit du dich dann am Ende natürlich legal verhältst, aber gleichzeitig eben auch dein Vermögen schützen kannst. Wir sagen ja immer, bitte keine Maßnahmen treffen, nur um krampfhaft sich vor vermeintlichen Zugriffen des Gesetzgebers zu schützen oder auch aus steuerlichen Gründen beispielsweise auszuwandern. Aber meines Erachtens ist das hier doch tatsächlich ein Signal, das sagt, dass man doch nochmal sehr genau auf den Prüfstand stellen sollte, ob man denn im richtigen Land lebt oder ob es nicht Länder und Orte auf der Welt gibt, wo es eventuell besser für dich ist. Ja, da unterstützen wir natürlich sehr gerne. Gehe auf www.experts.global-termin, buche dir deinen Termin für deine kostenlose Ersteinschätzung und dann schauen mein Team und ich uns deinen Sachverhalt im Detail genau an und überlegen mit dir und prüfen mit dir, was tatsächlich das Richtige für dich ist. Ich freue mich auf dich, dein Tim Grenawald.